So Leute, was geht in einem herzlichen guten Video von mir? Heute werden wir auf Cameron Boyce nicht reagieren und zwar indirekt auf etwas reagieren. Ja, ähm, liebe, liebe Freunde ähm, dieses Video soll in keinerlei äh äh, gegen andere Kanäle schießen einfach nur, ich möchte was gegen diese Kanäle sagen die halt so ein bisschen übertreiben Cameron Boyce ist ein Disney Channel Star oder halt ein Filmstar äh, kennt man aus Filmen wie, äh, Jesse oder, also Fernsehserie Jesse und aus vielen anderen Serien oder auch Filme. Ähm, ja erst vor ein paar Tagen ähm, mit vor ein paar Tagen ist er verstorben mit nur knapp 20 Jahre Jahren, sorry ähm, auf jeden Fall ja, es ist schade natürlich, ich hab, äh, als ich noch ein bisschen jünger war, mit 10, 9, hab ich ein paar mal Jesse geguckt, aber jetzt nicht so oft, dass ich sagen würde yo, ich war ein absoluter Fan ich hab's ein paar mal geguckt, als meine Schwestern auch geguckt haben und dann, ihr wisst es, früher gab's kein YouTube oder ich durfte halt noch nicht ans Handy aber dann hab ich da einfach mal mitgeguckt, ja ich hab ja ansonsten nix und nein, Netflix gab's dazu mal, glaub ich, auch noch nicht oder? Ich weiß es nicht egal, ähm, ja also nochmal von mir aus Rest in Peace und, äh, alles Gute der Familie, die werden das Video eh nicht sehen, aber ich sag's trotzdem, ja so, jetzt an die Kanäle, die ich nicht so gut finde, und zwar die Kanäle, die jetzt alles hochladen, nur für Klicks ein Tod ausnutzen, eines Stars, nur für Klicks, zum Beispiel, wir haben es grad hier Could Cameron Boys have been saved by a dog? äh, würde, ähm, Cameron Boys von einem Hund gerettet, oder hätte Cameron Boys, äh, von einem Hund gerettet werden können? Digga, das ist für mich schon Clickbait, also klar hier, das hier von so, ähm Fernsehsender oder so, das ist vollkommen okay, die berichten darüber und sagen einfach, dass er tot ist und lassen es dann, ja, kommen noch ein paar Fotos dazu, ist ja vollkommen okay, dann zum Beispiel hier, schmerzhafter Fluss, auch wieder so ein News Channel, ja, ist vollkommen okay, auch so Best Moments finde ich auch voll okay, ja, aber dann das hier, so Jertschen von den anderen Stars, oh mein Gott, Digga, so, das sind einfach Leute, die von Instagram denken, Bruder, die reagieren ja drauf, Bruder, das sind Stars, Bruder, erst mal Klicks gönnen, und dann denke ich mir so, hä? lasst doch die Stars, die wollen etwas sagen, die wollen etwas Cameron Boys selber sagen, da braucht es nicht noch andere Leute, die irgendwie kommen und sagen, ähm, ja, das leute ich jetzt auf meinem YouTube Channel hoch, ähm, ich bin zwar ein Cameron Boys Fan, aber das gibt erst mal heftige Klicks, ja, ist ja okay, wenn das ein Channel macht, aber nein, da kommen zwei Channels, drei Channels, vier Channels, fünf Channels, äh, 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 also, äh, äh, ja, ne? äh, ihr wisst, was ich meine, und ich meine, das Video hier habe ich selber gesehen, Digga, das war, also, ich finde das mega süß, es gab auch ein anderes Mädchen, welches, äh, so ein Fangerl war von ihm, das hat jetzt auch schon über ein paar Millionen Klicks, äh, das fand ich mega süß, sie hat etwas aufgeschrieben und hat es einfach in die Kamera gesprochen und hat dann das hochgeladen, das finde ich vollkommen okay, aber solche Clickbait-Titels, äh, Debbie Reigns emotional response to Cameron Boys, äh, her reaction, das finde ich einfach dann, ja, ne, finde ich, also, das ist, das ist, ja, ne, ähm, es gibt dann auch noch andere Videos, die ich gesehen habe, nicht nur die hier, äh, zum Beispiel auch das hier, ähm, found dead und dann das Thumbnail hier, das ist irreführend und ist wahrscheinlich nur ein Instagram-Foto, falls das aber wirklich das, äh, falls die Aufnahme wirklich so ist und dass er da wirklich tot im Bett liegt, dann shame on you, dass du das zeigst, man, ja, weil das ist das letzte Mann, egal, ähm, es gab natürlich auch ganz, ganz viele andere Videos, die noch schlimmeren Clickbait haben als die hier, ähm, äh, was, äh, kleine Kinder rasten aus, äh, weil er tot ist, Kinder reagieren auf Tod von, ähm, äh, Ding, ausraste ein Klammerzeichen, äh, heulen, schreien, ähm, live reaction, äh, als der Tod bekannt wurde und da dachte ich mir so, Bruder, what the fuck, lass die Familie, klar, die Familie braucht jetzt die Unterstützung, aber Unterstützung, meine Damen und Herren, ist nicht was, was man, äh, per Video mit so macht, auf dem Thumbnail, so, oder schreibt, ähm, ja, hier liegt der tot im Bett oder hat der gerettet werden durch einen Hund, das ist Bullshit, man, aber egal, das, ich wollte nur noch ganz kurz meinen Senf dazugeben zu dieser Sache, ähm, ich hoffe, viele von euch können mit mir da zusammen stimmen, äh, wie gesagt, nix gegen die Fans von, äh, Cameron, äh, Boyce, oder wie immer auch immer man seinen Namen ausspricht, ich hoffe, ich hab das richtig gesagt, warte, nach dem tragischen Tod von Jessie Star, Cameron Boyce, ja, okay, hab's richtig ausgesprochen, dankeschön dafür, ähm, it's, 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 it's in TV, ähm, ja, auf jeden Fall, äh, noch mal alles Gute an die Familie, rest in peace, und, äh, ich hoffe, ihr könnt das verstehen, äh, mich hat das auch schon ein bisschen so aufgeregt, ähm, aber ja, ne, heute Reaction Livestream, wahrscheinlich, äh, vielleicht kommt da was auf euch zu, ähm, ich weiß nicht, ob ich wirklich live gehen kann, ähm, denn wie gesagt, ich hab noch eine andere Geschichte am Laufen, ähm, ja, ich werde mal schauen, und deswegen, ja, also, dankeschön, Leute, fürs Zuschauen, ihr könnt auch gerne bei mir ein Abo und Like da lassen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Kommentar freuen, denn die unterstützen mich natürlich ganz hart, ähm, und, ja, haut rein, tschöpödö, peace! Outro Outro